Ja, manchmal kollidiert der unerzogen Beziehungsstil mit den Nachbarn. Wir haben hier so eine Strecke, wo die Kinder, wenn es Schnee hat, endlich mal auch Schlitten fahren können, weil es ein bisschen bergab geht. Aber unsere Nachbarn finden das natürlich nicht so prickelnd. Die wohnen unterhalb von uns und dann wollen sie natürlich, dass der Postbote und so weiter, dass sie alle sicher laufen können und streuen und schippen eben. Und wir waren lange im Zwiespalt, so ich als Mutter, okay, was ist hier meine Aufgabe? Und ich habe mich einfach entschlossen, meine Kinder machen zu lassen, ihren Spaß haben zu lassen. Ich finde es einfach schön, dass sie da Schlitten fahren können. Die Postboten haben sich auch nie auf den Boden gesetzt, sondern die sind eben an der Wiese entlang gelaufen, haben einen anderen Weg genommen und alles war schick.